vom eifersüchtigen gockel aus dem buch wüsstest du dem knödelbaum von anton schmidt gelesen von reinhard steinbrecher vom eifersüchtigen gockel der jens mit seinem gack 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 er macht ein großgeschrei die christine weiß nicht was das soll und holt den stock herbei der jens kriegt auf den popes drauf und schreit christine meint das ist schon recht ich kann noch fest da hauen Der Jens, der nimmt's gelassen hin Und gibt Christine einen Schmatz Siehst du, Liebling, das tat dir gut Du bist mein größter Schatz